hallo hier ist ihre denise vom casinoplusbonus.com heute bin ich mal am spielautomaten unterwegs und stelle euch heute mal den rad zur schaden so hier habe ich jetzt den direkten sound mal eingestellt um das mal zu zeigen wie es ungefähr geht und hier hätten wir dann die einsätze und hier bin ich jetzt in einem regulierten casino wo ich den slot jetzt spiele und dann wäre der höchsteinsatz wäre jetzt ein euro und ich gehe jetzt mal als mangel an geld und ich möchte ja vielleicht auch ein paar gewinnzeichen das wird vielleicht etwas länger dauern darum gehe ich jetzt mal auf 50 cent und drehen mal auf drücken drück mal auf drehen drehen mal auf drücken so und hier putzeln dann die kleinen gewinne heraus und es gibt ein bonussystem also ein bonusspiel und wenn wir glück haben kann es vielleicht jetzt gleich am anfang und das ist so also das ist doch mal wie gewollt ich fasse es nicht jetzt ärgere ich mich schon wieder dass ich den euro nicht genommen habe aber es ist eine zahl von unbegrenzten freispielen aber wir werden mal schauen wie es abläuft und jetzt alle gewinnen mal 1 und diese symbole müssen natürlich von vorn übereinstimmen und bis jetzt ist noch gar nichts passiert und nicht ein einziger gewinn ist gekommen ist natürlich nicht so schön zumal wenn man das mal zeigen will wie es funktioniert hier ist es natürlich nicht ganz so nett aber sie haben gewonnen 0 euro wegen des scharfen also ich konnte jetzt auch mal nichts wegen unbegrenzten freispielen erkennen also spielen wir mal weiter mal sehen ob die gewinne vielleicht eher was bringen hier und das ist jetzt natürlich entdeckbar schlechtes beispiel aber ich hatte dann letztes schon mal bei diesen spiel auch in diesem bonus spiel nicht allzu viel gewonnen und ich habe dann mindestens 30 euro gesetzt aber dann ist es gepurzelt mit fast 300 euro gewinn aber wie gesagt jedes spiel oder spielautomat ist glückssache und den 50er der jetzt da stand als gewinnen habe ich natürlich gleich mal weg gedrückt so jetzt dürfte es ein bisschen mehr sein 4 euro 50 geht nochmal sehen ob noch was kommt 30 cent beim einsatz von 50 cent das ist natürlich nicht die welt bonus spiel hatten wir vorhin und war eher dann wohl nicht so der renner also die scharfen szene vom high sind noch nicht wirklich zu sehen ich würde aber gerne jetzt trotzdem noch mal weiter spielen bis dann mal wieder so die grünen alten kommen kann man das schön sehen was möglich ist bei diesem spiel und ich drehe jetzt einfach mal noch ein bisschen durch sag mal da sind doch 10 euro dann weg und dann hoffen wir mal dass was passiert ist oder ich drehe jetzt noch mal kurzzeitig die letzten runden naja so richtig will es nicht werden das ist der Wofel-Effekt mit dem gewinnen kann man natürlich nichts anfangen also hier fehlt eindeutig mal ein größerer Gewinn was hier natürlich nicht ist obwohl es reguliert ist hat man davon eigentlich soll man normalerweise nicht mehr so schnell drücken können so und jetzt haben wir wieder die alten die sich sozusagen dann mit verschiedenen Symbolen öffnen die natürlich dann auch passen müssen nützt alles nichts wenn die stehen bleiben aber wenn eben nicht die passenden Symbole dazukommen so jetzt könntest du ein bisschen was ne quatsch das habe ich falsch gesehen das nützt auch nichts wie gesagt wenn die Dreierverbindungen eben nicht kommen so jetzt könnte es mal mehr werden aber auch mit den 1,40 ist man natürlich jetzt ist das dieses Future wo man entsprechende Münzen bekommt und jetzt müssten mal ein großer kommen und die sind vorbeigerauscht also es gibt dann diese einzelnen Gewinne und mit 8,50 Euro gut da hole ich etwas nach auf so jetzt könnte was sein ja das ist doch mal ein großer Gewinn wollen wir mal schauen wie weit es läuft 17 Euro bei einem 50er Einsatz aber das reicht ja schon mal aus jetzt spüren wir das noch runter weil jetzt dadurch dass der Alpen oder wie sie es auch nennen will kommen dann kann man nochmal durchdrehen so zweimal und dann bin ich glaube ich auch rum und zufrieden und konnte das Spiel eigentlich schön zeigen und das ist doch die Hauptsache gut so und jetzt ist gut also hier beim Razzoschark wünsche ich auf jeden Fall gute Gewinne und etwas mehr in den Freispielen wie wir das am Anfang gesehen haben ist sicher drin und ich schau mal was ich hier noch reißen kann aber es scheint etwas weniger zu sein als die 300 Euro die ich im vorhergespiel schon mal gewonnen habe also viel Glück im Spiel bis zum nächsten Mal Ihre Denise bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020